Dominika, kannst du mir doch ein bisschen helfen? Das geht jetzt nicht, ich bin gerade mit meinen Fingern beschäftigt, ich will heute auch schön aussehen. Das ist ein neues Geschirr. Elisabeth hat es gesehen und wird das natürlich unbedingt haben. Ist, ist schön. Was führt dich denn her? Ich, ich wollte fragen, ob ich... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020